wie sie überall ausschaut hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal wir sehen das hat ein bisschen geschneit bei uns mein vorzer stand draußen auch er hat ein weißes häuptchen bekommen naja viel bleibt ja nicht liegen ein bisschen am sitz und fußraum und da ja schön schön das ist genau so wie ich mir ein wochenend wetter wünsche einfach so mit schnee und kälte und nass und ja heute nacht war ein sturm da dachtest du echt ja die reißest die rollläden von der wand oder vom fenster ihr wisst was ich meine oder guck mal einer aber es ist zu warm wir haben wir haben schon drei grad es bleibt nicht so schön liegen heute nachts hat also gestürmt und geschneit und ich dachte ich fahre mal eine kleine runde mit dem vorzau und guck mich mal um wie es so aussieht weil der sturm recht heftig gewesen ist aber hier liegt eigentlich nirgendwo groß was oben bei uns gibt ja viele bäume und jetzt über den winter wenn es zu kalt ist bin ich der meinung brechen die ja schneller ab weil ja vielleicht sogar innen gebrochen sind und nicht so flexibel weißt du was meine also mein gedanke ich habe eine kleine runde ich wollte den vorzau eigentlich sauber machen einmal absprühen und besonders wollte ich die rebelle sauber machen genau mit der werden wir nachher noch fahren aber zwischen vorzau haben gesehen und dachten ich drehe jetzt noch eine kleine runde mit ihm dass der auch ein bisschen bewegt wird schaue mich so ein bisschen dagegen um so eine ganz kleine runde ich muss noch geld abholen und ja einfach so das wochenende einklingen lassen am samstagmorgen schön schön einfach toll ironisch gemeint das beste ist meine frau ist heute morgen aus dem haus sie hat einen friseurtermin sie kriegt die augenbrauen nein nein warte die wimpern die wimpern gefärbt die wimpern gefärbt und keine ahnung was man da macht ich habe überhaupt gar keine weiß man würde einfach edding nehmen sie toll also sie hat schon öfters gemacht man sieht es wirklich anfangs dachte ich das ist humbug aber man sieht es wirklich einmal muss ich dann also die frau muss ich dadurch dann nicht mehr so stark schminken weil die wimpern halt dann schon schwarz sind und da musst du nicht diesen schwarzen weiß schon diesen besen da hinten dann über die augenbrauen über die wimpern ja ihr wisst was ich meine dass das kannst du dann sparen und dementsprechend habe ich sturmfrei aber ich kann so oder so machen was ich will also sie hält mich ja sowieso von nichts auf und ich genieße auch langsam dass meine nachbarn einfach gewohnt sind dass ich auch bei solchen temperaturen mit dem moment zu tun habe anfangs waren noch ein bisschen verdutzte gesichter haben wir hier links und dann über über frei oder farmer darunter richtung nicht ob wir fahren hier links ich wollte ja sowieso zum geld abheben genau dann fahren wir mal durch die hübsche nach hermes gefällt aber gemütlich schön hermes fahrer ja wie gesagt ich kann sowieso machen was ich will und ich genieße es einfach trotzdem also ich will nicht schon wieder mit einem overall anfangen das ist schon glaube ich so ein wort womit ich jeden triggere die temperatur ist halt einfach das was man irgendwann vergisst wenn das ding an ist ich habe wieder mal eine wanderschuhe an weil mit den also wenn man plant mit diesen dick boots die ich habe zu laufen dann ist zudem sieht das grob nicht aus schön schön wie man weiß das häuptchen hat der monte carolino weiß noch nicht weiß das ist hier links unten und der monte carolino ist der abraumwerk von unserer carolinen grube und da kann man schlitten fahren und ski runterfahren und kann sich auch ausleihen vor ort das so ein kleiner vergnügungsparkt sowie so einen campingplatz davor genau da kann man auch zelt nicht wohl zum spaß sogar mal selber erzählt obwohl das fast um die ecke ist einfach so meine camping ausrüstung zu zeigen und ja weil es trotzdem wahrscheinlich irgendwie cool wäre dazu zählen aber die haben im winter zu im winter würde ich da so wenigstens im sommer ist da brechend voll nee das ist das ist quatsch das wäre mit dem dach zu nah ja viel neues gibt es nicht zu erzählen seit dem letzten video ich bin ja total im rückstand vom schneiden sehr gar nicht ein bisschen aber momentan sind die tage gefüllt gestern waren wir man will seiner frau ja auch meinen wunsch erfüllen sie meinte gestern hey wir könnten doch mal da oder dahin fahren oder da und dahin und wenn ich dann schon höre weiße frauen und outlet sie wollte so wenigstens im outlet fahren dann klingelt bei mir inzwischen ich habe das inzwischen so drin klingelt und dann habe ich immer so im kopf oh je das werden wieder zwei paar neue schuhe und der schuhschrank ist jetzt schon voll also wir haben wirklich einen großen also sie hat einen großen wir haben zwei schuhschränke jeder für sich wenn man so erzählt wir haben sondern ja wir haben wir haben begehbaren kleiderschrank das ist jetzt wir leben wirklich nicht im luxus oder sowas aber das war eine sache die wollte ich früher unbedingt haben und meine frau war auch sofort fan davon wir haben wir haben genügend zimmer und dann haben wir gesagt wir machen einen bg bg baren kleiderschrank schwieriges wort so dass jeder seine seite hat und das war die beste entscheidung meines lebens weil wenn du mal also es soll wenn ich jetzt mal damit auf die pelle rücke aber wenn du mal kleiderschrank und der frau teilen muss die gerne klamotten kauft was ja ganz selten ist bei frau und viele schuhe kauft dann weißt du was ich meine ist immer überlagert übervölkert und so hat sie ihre eigenen vier meter glaube ich und ich habe meine eigenen vier meter und ist das schön getrennt aber ihre seite ist voll und dann wird es gefährlich habe angst dass es rüber schwappt zu mir die schuhe naja dann dachte ich dann müssen wir wieder hier klamotten kaufen so und dann kam media sie wollten ewig einen neuen couch tisch wir könnten wir könnten noch zum xxl lutz fahren lasst uns mal couch tische anschauen und das war eine gute entscheidung weil er bist du da was unterwegs hast ein bisschen bewegung bei uns ist der xxl lutz in regensburg da ist um die ecke der ikea da könnt ihr die geilen köttbullar mit pommes essen also was gesundes und somit war das direkt perfekt alles verbunden schöne ausflug ich habe mein essen wir konnten ein bisschen spazieren gehen im ikea und in diesem xxl lutz ist ein schönes mittel haus also wirklich bei uns gibt es nicht viel schönere ikea ist ja auch ganz gut aber ich bin jetzt nicht so der mega ikea-fan da ist mir meistens zu voll schön wie überall so ein bisschen schnee liegt ja und dann haben wir uns halt neuen couch tisch gegönnt und der alte kommt weg war jetzt war der bei uns ich sag mal fünf jahre hat man jetzt locker und der war für unser wir haben recht kleines wohnzimmer unser wohnzimmer war der einfach zu groß zu klobig und so ein großer tisch in einem kleinen wohnzimmer nimmt halt unglaublich viel optischen raum weg zu dem war der weiß und wir haben alles so braunholz artig das macht ihn jetzt natürlich noch klobiger dann war der eckig wir wollten jetzt unbedingt so ein runden wir haben aber jetzt und ich sag mit wikinger schild dazu es ist aber wikinger schilde sind ja rund weißt du kennst du noch diese ich sag mal eierförmigen schilde die früher ritter getragen haben so so ist unser neuer couch tisch für mich wäre perfekt also ich könnte mir da auch eine haltung dran machen könnten tragen also wenn er jemals zum müll kommt dann behalte ich die tischplatte und machen wir daraus ein schild ist ja super kann ich ja nicht fahren ja 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 habe ich gekauft wieso nicht ist der tag auch rumgegangen so wie gesagt jetzt will ich mal geld abheben und dann möchte ich in die waschanlage obwohl unsere waschanlage die ist ja total neumodig da kann ich sogar mit der kreditkarte zahlen ich habe da keinen scherz schon 1 euro 50 fürs waschen bezahlt per kreditkarte da kommt man sich aber sowas von bescheuert vor dass ich jetzt bargeld abholen und dann schauen wir mal weiter aber jetzt muss man eben aufmachen ich habe wieder schon beschlag probleme ich weiß dass dann vielleicht mein mikrofon ein bisschen stört aber dieses jahr will ich unbedingt noch ich habe einfach was langsamer hier ist sowieso 20 dieses jahr möchte ich auch unbedingt noch meinen helm überarbeiten dass ich noch bessere tonqualität hinbekomme und weniger störungen so dass wir unsere höchste innenstadt die haben sie mal wunderschön neu gemacht und haben die wunderschön neu gemacht mit diesen steinen die dinger sind aber der horror für jeden biker wenn es geregnet hat die dinger sind spiegelglatt das ist ultra schlimm wenn schnee drauf liegt sowieso noch mehr aber schön aussehen tut es eigentlich noch ein bisschen komisch gebaut die kurve nur klar kann es nur eckig machen so schüpfung da rein das hätte ich mir sowas von sparen können jetzt habe ich einen 50 euro schein bekommen das ist super ein 50 euro schein kann ich natürlich auch wahrscheinlich nicht in den automaten schieben wir fahren einfach mal auf gut glück hin habe ich eigentlich hier meine luftöffnung offen so ich mache ein stückchen vorne auf vielleicht ist das nicht so schlimm ja wie ich seit dieses jahr möchte meinen helm unbedingt bearbeiten dass er noch ein bisschen bessere tonqualität hat was gibt es denn da nix mehr alles leer ein wochenende auf dem dorf wobei was heißt dorf höchow gilt als stadt ist ja kein kein richtiges dorf mehr trotzdem irgendwie fühlt man hier das dorfleben der pecker hat schon zu ich hätte eine idee aber da wird es total voll sein ich könnte mir einfach für morgen zum frühstücken schnell brötchen holen die könnte mit 50er klein machen aber da hast ich mal so voll auf da habe ich kein bock drauf da eine schlange zu stehen mit den klamotten nee komm wir fahren erst mal hin mal gucken jetzt fängt es an zu schneiden wie romantisch jetzt haben wir erstmal gemütlich dahin schauen wir vielleicht bezahle ich trotzdem mit der kritik hat aber musste der zeit gehen da ich schaue ja ob ich noch erzählt ich schaue ja auch andere youtuber auf videos das ging jetzt aber fix klar steht auch keine sau hier ich schaue ja auch von anderen youtube kanälen videos und ich schaue zum beispiel gerne die den kanal von muti der ist was jünger wie ich und macht halt wirklich nur motorrad rocks und der ist momentan ist jetzt in thailand glaube ich aktuell dürfte thailand sein er macht leider viel zu viel kurz viel zu kurze videos und ich schreibe jedes mal unter seinen video unten kommentar hin mach mal längere videos weil ich würde den auch gerne also so eine halbe stunde wäre schon geil seine videos sind ultra viel geschaut ich weiß nicht warum er immer seine zehn minuten videos macht wenn überhaupt manchmal auch zwölf minuten ob das irgendwas mit dem youtube-algorithmus zu tun hat er keine planen auf jeden fall schaue ich den echt gerne und wie gesagt momentan ist er glaube ich in thailand und da hat er sich ne ne da gibt es ja überall dieses street food kennt ihr das da überall irgendwelche händler stehen und wo solche sagen hier soll ich mir das holen aber das sagt er wahrscheinlich haben gewunken da hat er sich eine ofenkartoffel eine ofensüßkartoffel zum frühstück gegönnt war das war das überhaupt mochi ich weiß kann nicht auf jeden fall ich habe auf jeden fall irgendeinen geguckt der unter leg was das war ein anderer vergiss es sorry das war ein anderer das war nicht im mochi das war ein anderer aber egal der war auch in thailand und der hat eine ofen dings kartoffel geholt und die zahlen da einfach mit seiner grünen sie auch so eine kreditkarte in der grünen karte bei so hinterhof händlern also du kannst einfach überall mit karte zahlen das ist geil du kannst einfach immer zahlen wenn du was zahlen willst ich meine bargeld klar das hat ja schon sinn aber in der heutigen zeit feiere ich einfach wenn du einfach bezahlen kannst gesagt das mit der kreditkarte überall oder mit diesen kontaktlosen bezahlen das klingt ja langsam vorrang also aber bäcker fehlen halt noch und so ihr wisst dass ich meine also ich fände es cool wenn man wirklich überall einfach kontaktlos zahlen kann ich würde das eigentlich echt feiern ein kollege von mir der zahlt schon mit seinem iphone und legt das statt der bankkarte mal auf das ist auch schon cool finde ich wenn du mit dem handy weil handy hast halt immer bei mir passt jetzt oft dass ich mein portemonnaie nicht bei habe weil ich mir denke naja du brauchst ja sowieso nichts brauche ich nicht schläpp dich nicht mit wenn ich moped fahre ist das ganz oft der fall dass ich mein portemonnaie nicht bei habe aber das handy hast halt immer weil das könnte ja was sein das könnte ja was passieren handy hast du dabei also ohne handy gehst du eigentlich fast nicht mehr aus dem haus ist so und dann ist schon cool wenn das müssen mit dem handy überall zahlen kannst ich finde das neues ist mir gut ich dachte ich kann euch ein bisschen mehr verschneite landschaft zeigen aber das ist echt überall weg das wäre romantischer wenn wir hier ein türchen machen ein mini türchen ich glaube das video wird sowieso nicht so lang und die die gegend kennt ihr auch zur genüge jetzt nirgendwo highlight mäßig unterwegs aktuell schneide ich ja den bayern tourtag vier den schnee hochgewirbelt aktuell schneiden bayern tourtag vier so geil ich finde das so cool wenn du wenn du wenn es so kalt ist dann zu hause sitzt und gemütlich mit deinem kaffee unter der decke vom pc sitzt und einfach solche bilder dann siehst wie schön einfach die gegen ist und so her so halt einfach so die die back feelings das noch mal fühlst das ganze ich genieße das echt das so zu schneiden das macht echt spaß freue mich wenn ich euch das video präsentieren kann mich hat einer gefragt wie viele teile es geben wird jetzt müsste ich lügen waren es jetzt sieben oder sechs ich sag mal vorsichtig es waren sechs teile also 22 kommen noch zwei teile kommen noch ich wollte ja eigentlich erst das noch 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 kürzer machen also ich immer teil 1 teil zwei von einem tag mache und dann dachte ich mir so das mal durchlaufen bringt mir nichts und ich finde das cooler wenn es einfach ein video ist man kann ja zwischendrin stoppen und es gibt in der wenn man als youtube wenn ihr in youtube eingeloggt seid also wenn ihr mich abonniert und youtube eingeloggt seid dann habt ihr ja unten in den verlauf drin stehen wie weit ihr geschaut habt und was ihr geschaut habt und da könnt ihr das video wieder anklicken und könnt genau da weiter gucken wo ihr gestoppt hat so macht es bei anderen auch also wenn ich kurz was futtere und schaue mir ein youtube video an und denke mir so hey das ist cool dann weiß ich genau das steht in meinem verlauf und das steht bleibt genau da stehen bei der hat jetzt von panik weil ich noch links geguckt hat und es steht halt dann unten drin in meinem verlauf also ich weiß genau ich kann es dann jederzeit wieder gucken so nicht mehr weit heute kriegt er seine neuen rollen die brauche ich gleich noch ein also es wird echt zeit das sommer wird aus dem grund weil mir das einfach langsam zu blöd wird mich die ganze zeit zu extrem warm anziehen zu müssen ich möchte einfach wieder meine normalen moped klamotten tragen wobei der der kombi den ich an habe ich nehme mal ein anderes wort ist eigentlich sehr geil weil du kannst einfach schnell mit jogginghose und t-shirt rein schlupfen also kein scherz ich habe wieder nur t-shirt an du kannst dann mit jogginganzug rein schlupfen und kann es einfach losfahren ist schön cool ich weiß nur nicht wo die grenze ist ab wann ich eigentlich eine jacke bräuchte also oder oder noch ein anderes oberteil zum t-shirt dazu wahrscheinlich nie weil ich so ein heißer bursche bin kennt ihr das wenn es sich so lange dauert bis man ein ortsausgangsschild ist diese ungeduld und du denkst gefühlt bist du schon lange aus dem ohr raus aber dann zieht sich noch tausend kilometer hin so hier links kommt das ziel meiner träume die waschanlage so natürlich nichts los weil wer wäscht schon sein fahrzeug bei diesen temperaturen freiwillig ich da hat echt eine hütte daneben gestellt das finde ich so krass also ich bin ja der meinung wahrscheinlich gehört dem die waschanlage dass er einfach das grundstück mit nutzt aber ich hätte keinen bock du hast ja die ganze zeit diesen diesen waschnebel der auf dein fahrzeug fliegt weißt du was ich meine? die ganze zeit diesen waschnebel der auf dein fahrzeug fliegt also ich hätte da keine lust drauf so mit dem hauptständer muss ein bisschen anders halten glaube ich jetzt mal gucken ob das jetzt geht haha ich stehe hier naja das geht ok cool so schnell die handschuhe deponieren checken wir nochmal ab haben die eine nummer? ne ne? doch die haben eine nummer 3 das ist auch super modern hier aber geld scheine aber das ist da blöd hier waschen was 50 Cent ach das stehen jetzt nicht nur noch mal preise wie geht denn das? waschen platz gerade hab ich die nummer gesagt werde aufgepasst platz 3 zack guthaben wir machen eine kartenzahlung guthaben 2 euro um reichen uns 2 euro? sagen wir mal 2 euro reichen brauche ich mal eine quittung? ich glaube das war es ja da ist es so dann geben wir eben doch mal schnell aktiv powerpearl was ist denn da drauf? was ist denn da drauf? naja runter damit einmal einweichen einmal einweichen warte mal auf den hier warte mal auf den hier warte mal auf den hier day ha x9 ach cuenta warte 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 mutter an von der anfänger fehler überflutung wie immer also wenn ich das hier genauso passiert würde ja in forza also wenn euch das hier passiert beim absprühen des forzas das ist meiner meinung ganz normal der forza ist ja eigentlich auch normalerweise dicht aber es ist halt weil es durch den druck unten rein drückt wunderbar am angriff und einmal die handschuhe zurück unter einmal neu da fühlt man sich direkt besser kennt ihr das wenn ihr wenn ihr euer moped sauber gemacht hat ich wollte sagen und vor zwar es könnte ja sein dass ihr mir zuschaut und noch gar keinen forza habt aber man hat dann einfach direkt so ein tolles gefühl sie dann duschen man duscht sich und sein fahrzeug also ich durfte ich kann also ich durfte kein single sein und keine keine erdgeschosswohnung haben es ist sehr geil so eine dusche wo man direkt mit moped reinfahren kann und dann einfach beides erledigt also dank der neuen wasserdichten handys kann man zumindest ins handy sauber machen und sich selber das kann man direkt miteinander verbinden so ganz praktisch aber dann direkt mit moped in die dusche fahren und sichtduschen plus loppet wäre auch bestimmt geil in so einem live stream oder sagt nichts mehr gottes willen so bläst der fahrtwind in etwas trocken habe ich da schon ein besseres gewissen weil er war also ihr habt jetzt nicht gesehen aber er war schon ordentlich schmutzig und jetzt im winter bin ich nicht so dass ich mich in den garten stelle gartenschlau und da wasche per hand nee sorry da benutze ich auch nur die hochdruckanlage geil voller matsch das ist immer was cool mit der grum durch zu heizen so die machen alle ja einen wochenende einkauf da sind wir überhaupt nicht so am wochenende gehen wir nie einkaufen das ist für uns immer pure freizeit wie viel waren schon am montag wieder aufs nächste wochenende hinaus und überlegen schon was wir wieder anstellen können aber im sommer ist es halt geiler ganz besser planen für heute war einfach bei mir im plan forza waschen rebell unbedingt absprühen waschen sauber machen weil die mega schmutzig ist außerdem ist hier von vorn sind voller öl und voller den ganzen reinigungsmittel nicht benutzt haben um den rost runter zu bekommen ja mit der fahren jetzt auf jeden fall auch noch dahin zahlen direkt wieder mit der kreditkarte schöne fänge so ja ich würde auch sagen also ich glaube das reicht doch oder reicht das reicht das ich weiß nicht wie lange wir jetzt unterwegs machen machen wir heute mal kürzeres das letzte war noch auch ziemlich lang noch das muss ich auch schneiden ich bin so im verzug ich brauche mir zeit geil wäre es wenn man wenn man einfach hauptberuflich youtuber sein könnte das wäre glaube ich so also ich habe zwar nicht geil ja von ganz recht dass man bloß nicht vorbeifahren kann ach so der musste so weit aus wollen weil es ein panzer das stimmt ja geil wäre es wenn man so hauptberuflich youtuber sein könnte also es gibt natürlich hauptberufliche youtuber aber die haben ja auch schon eine gewisse größe erreicht das ist ja meistens so dass irgendein hin zum kunst überlegt ich könnte ja youtube-videos machen komischerweise kriegt der gigantische abonomenten 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 vergiss es du weißt was ich meine und dann sagt er hey cool ich kündige meinen eigentlichen job und werde youtuber und dann ist er einfach hauptberuflicher youtuber wie traumhaft ist das denn und der bringt dann einfach wenn du glück hast einmal die woche ein video raus das ist echt so ich weiß nicht wie oft muci videos rausbringen aber ich glaube auch einmal die woche oder so alle paar tage alle drei vier tage ich glaube der rhythmus also das ist schon der hammer wenn du dann einfach von den videos leben also hast das geil ist ja du hast ja dann noch die zeit die zu filmen und die zu bearbeiten und hast dann trotzdem noch freizeit weil du halt nicht normal arbeiten gehen musst um dir dein hobby youtube leisten zu können weil youtube der dann hobby youtube finanziert das ist schon das ist schon mega ich glaube dann dann könnte man auch viel geilere sachen machen meine dann also dann würden wir wahrscheinlich die idee nicht ausgehen ich habe ja so schon viele ideen aber wie gesagt zeitlich kannst du kannst du gar nicht alles umsetzen ich nehme mir immer viel zu viel vor und kriegst dann sowieso nicht hin ist echt so ich bin dann jetzt ich bin ja immer froh gewesen ich überhaupt mal zu fahren gekommen bin ja eigentlich wollte mich verabschieden ich finde doch irgendwie immer ein thema heute dachte ich mir auch ich schalte mal die kamera ein fang mal an und vielleicht finde ich irgendwas worüber ich reden kann und man kann es als video gelten lassen und dann ist es doch eins geworden oder ja ich wünsche euch auf jeden fall ein wunderschönes wochenende ich tippe darauf dass ich dieses video am sonntag genau überholen mich hier das ist ganz wichtig weil da vorne muss direkt abbremsen ich habe nichts gesagt ein wunderschönes wochenende lasst euch gut gehen genießt die bayern tour videos mit mit sommer sonne und schönem wetter und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal macht's gut meine freunde